Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden und zu sprechen, wie es der Geist ihnen vorgab. Apostelgeschichte 2, Vers 4 Schalom und herzlich willkommen zur heutigen Andacht. So schön, dass du hier bist. Und bevor Jesus in den Himmel auffuhr, sagte er seinen Jüngern, dass sie die Kraft des Heiligen Geistes empfangen würden. Schau mal, Apostelgeschichte 1, Vers 8 So würde sein Gnadendienst durch sie weitergeführt werden. Diese Kraft des Heiligen Geistes war nicht nur für einige wenige Apostel, sondern auch für die, die fern waren. Apostelgeschichte 2, Vers 39 Lies selbst nach. Und sogar für uns heute, nach all diesen Jahrhunderten, sind diese Geistesgaben. Sie sind für uns. Wir sollen den Heiligen Geist empfangen und mit ihm die Gaben, die Gott uns überreicht. Warum überreicht Gott uns diese Gaben? Sodass wir das Licht in diese Welt bringen. Sodass wir die Fähigkeit haben, die Vollmacht besitzen. Seine Kraft durch uns fließt, durch uns in diese Welt kommt und den satanischen Mächten die Schranken aufzeigt. Den satanischen Mächten in dieser Welt einfach sie auszutreiben. Dämonen auszutreiben. Die Heilung zu den Menschen zu bringen. Jesu hat uns berufen, seine Nachfolger zu sein. Und so auch dich. Lies mal den Missionsbefehl, wer in Markus 16, Vers 15 bis 18 steht. Und du wirst sehen, dass der Geist, der Heilige Geist, den du empfangen sollst. Und die Gaben für dich und für mich sind für die, die glauben. Denn durch den Glauben sind wir gerechtfertigt. Durch den Glauben empfangen wir den Heiligen Geist. Und nachdem ich die Taufe im Heiligen Geist empfangen hatte, wollte ich unbedingt verstehen, was ich nun zu tun habe. Ich erfuhr, dass ich das Alte nicht mehr tun konnte. Ich merkte, dass ich nichts, was ich vorher getan hatte, noch tun kann. Ich merkte, dass all das, was meine Berufung zu sein schien in dieser Welt, ja, dass ich schon nah dran war. Aber, dass Gott etwas ganz anderes mit mir vorhatte. Und ich sehe heute, dass Gott Dinge und Wünsche in mein Herz legt, die früher einfach in den Hintergrund gerückt werden. Ich sehe heute, dass er meine Gedanken, mein Denken so verändert hat, dass ich auf einige Dinge überhaupt nicht mehr kommen würde. Ich merke, dass er mich befähigt und dass er im Heiligen Geist durch mich Dinge tut, die ich früher nicht tun konnte und nicht vermochte. Und so habe ich es am Wochenende beim Live-Treffen erlebt, warum ich den Heiligen Geist empfangen habe, warum Gott mir diese Taufe gegeben hat. Und er hat immer wieder, auch am Wochenende, als wir Hände auflegten und Befreiungsdienst durchführten und Segnungen gaben, ja, sagte er mir immer wieder, das ist, wofür ich dich getauft habe. So sprach Jesus zu mir und flüsterte mir ins Ort, wenn er so präsent war in diesem Moment, in dem er sich über die dunklen Wesenheiten im geistigen Kampf in diesem Raum stellte. Es waren so mächtige, so mächtige, geistige Kämpfe, doch Jesus steht über allem. Jesus ist der Herr und Jesus hat gesiegt. Und so sagte er mir immer wieder, das ist, wofür ich dich getauft habe, dass du den Segen, dass du die Gnade und die Liebe Gottes zu den Menschen bringst. Und so ist es vielleicht auch für dich. Ich habe schon viele Menschen im Befreiungsdienst befreien dürfen. Ich habe schon viele Menschen für viele Menschen beten dürfen und sie haben erlebt, was es bedeutet, in Christus zu sein. Sie haben erlebt, was es bedeutet, wenn Jesus wirklich in ihr Leben kommt. Und wie sagt Gott, das ist, wofür du die Taufe und den Heiligen Geist erhalten hast. Das ist, wofür mein Sohn gestorben ist, dass ihr die Fähigkeit und die Vollmacht habt, eure Füße auf die satanischen Mächte dieser Welt zu stellen und diese neue Schöpfung zu sein, für die wir berufen sind. Halleluja, Halleluja. Und das ist es, warum Gott dir zuruft, die Kraft zu leben, an die Seite zu gehen, mit deiner eigenen Kraft zu bekennen, dass alleine nichts geht, aber in Gott alles möglich ist. Zu erkennen, dass er dich versorgen will auf eine übernatürliche Art und Weise, wie nur er es kann. Zu erkennen, dass die Heilung am Kreuz schon geschehen ist. Dass der Tausch, der perfekte Tausch am Kreuz stattgefunden hat. Und dass es nur noch an dir ist, dies Ganze geistig anzunehmen und dich nicht mehr von den Gedanken täuschen zu lassen, die der Feind dir eingeben möchte. Weil er will dich im Alten halten, aber das darf jetzt Schluss sein. Also lass uns gemeinsam beten, wenn du dich entscheidest und immer wieder an jedem Tag neu entscheidest, vollkommen in Christus zu erblühen, wie eine Blüte aufzugehen und die volle Kraft Gottes durch dich fließen und strömen zu lassen, in einer Welt, in der das Licht so dringend notwendig ist. Nun, sprich folgendes Gebet mit mir. Herr, 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 ich komme zu dir und ich danke dir und ich liebe dich, denn ich erkenne, dass du meine Seele freigekauft hast. Und so komme ich im Glauben zu dir. Im Glauben, dass du mich verwandelst, Gottvater. Denn ich will, ich bin bereit, alles Weltliche, all den Stolz, all das Fleischliche abzulegen und in Christus vollkommen neu zu sein. Amen. Morgen wird es für dich eine weitere Andacht geben, eine Inspiration und ja, auch eine Hilfe, wie auch du dein Leben unter dem Segen Gottes und vor allem aber in seiner Liebe führst, im Namen Jesus. Und wenn du dich fragst, wie kann es für mich gehen? Wie kann ich tiefer eintauchen in dieses Glück, in die Liebe? Wie kann ich eine Beziehung zu Gott aufbauen? Dann ja, scheue dich nicht. Schau in die Beschreibungen der Andachten, der Videos und sichere dir dein kostenfreies Seen-Mentoring. Ein Gespräch, bei dem erste Blockaden, erste Hindernisse und ja, erste Geister verschwinden müssen, die diese Welt auf dich gelegt hat. Die Schwere, die dein Herz niederdrückt. Denn wo Gott ist es, Liebe und Frieden, um den sollst doch du erfahren. Wir freuen uns auf dich.